Was ist denn das für ein Scheiß da, Mann? Was ist denn das für ein Scheiß? 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 Das war's. 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 Musik 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 Eww Okay Geil Oder? Das ist schon geil Ich glaube ich auch Yes Sehr geil Spannend Einfeilig Ohohoho Ich muss lexper Dann ziehen wir mal von einem Low to High Drücke, drücke na Alter! 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 Anfänger! Ja! Oh. Oh. Ich bin in den Stern. Ich bin unloganisch. Ich bin in den Stern. Wahoo! Zenden! 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 So habe ich Prognant. Ein paar Hunde! Stirbe! Verluito ist geil. Halleluja! Hier! pattern! Ball Ball! Zeit auf dem Platz! Das kann mir scheißeln. Ja, das kann ich nicht. Das ist mein Scheiße. Kaputt! Ich habe das Teil geholt. Wir dämmeln alles runter. Das geht doch sonst bei hinten. Aber nicht hier. Was passiert? Alter. Das ist schlägt oben, Dreieck. Vor oben, unten. Und 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 unten.